Moin Moin Hallo, Willkommen zusammen zum Fermus-Satua. Immer noch auf der Strecke Braunschweig-Wolfsburg. So, da fahren wir jetzt auch mal weiter. Letzte Folge wurden wir ja vom, äh, über den Teufel verschworen, sagen wir mal. Hatte einer den Teufel herbeigebrüllt, keine Ahnung warum. So stark war der Unfall gar nicht. Aber, naja, jeder hat darüber eine andere Ansicht. Juhu, Regen. Endlich mal Regen. Das wollte ich euch auch schon in Ewigkeiten mal zeigen. Aber, naja. Weil, ich finde, Regen sieht in diesem Spiel wahnsinnig schön aus. Wobei es auch in Ormsi sehr schön aussieht, muss man sagen. Aber, naja. Passt momentan zum Real-Life-Wetter. Da ist es ja auch relativ regnerisch und, naja, ja, doch verregnet, kann man sagen. Ich meine, gut, wir haben jetzt auch momentan Herbst, aber es könnte trotzdem schöner sein, das Wetter. Wobei es zu heiß auch nicht schön ist. Das war das. Blinker geht aus, ja. So. Achso, in dieser Folge zeige ich noch mal meine Grafikeinstellungen. Da es ja doch noch mal ein Tier gefragt haben, wie sieht es denn aus. Also, alles außer Anti-Alasin auf episch. Hier oben habe ich noch ein bisschen dran rumgedreht. Bewegungsunschärf fand ich jetzt nicht so schön. Aber ansonsten, ja. Hätten wir diese Frage auch beantwortet. Also, ich bin jetzt nicht so schön, wie sieht es denn aus. Ach genau, dann nochmal ein paar Worte zum Thema Konvoi, der ja am 26.10. stattgefunden hat. Der ging ein bisschen in die Hose, da werden wir das Ganze glaube ich nochmal verschieben. Dementsprechend gibt es dann noch einen neuen Termin. Wann der sein wird, weiß ich noch nicht. Mal sehen. Jetzt könnte es auch langsam wieder aufhören zu regnen, oder? Das wäre jetzt mal ganz schön. Na gut. Und diese Möhre hier vor mir würde ich ganz gerne überholen wollen. Oh, da ist jetzt die Schwerstadt. Das sieht schon mal aus, die Stadt hier, ne? Ja, das ist Schwerstadt. Okay. So, es hat aufgehört zu regnen, dann kann ich ja wieder den Scheibenwäscher aus. Genau. So. Bestes Wetter schon wieder. Das ist eben so der Vorteil an diesem dynamischen Wetter, ne? Hier drüben ist ein Kino. Ah. Alter, wo hast du denn deinen Führerschein gemacht? Sag, jetzt sechst du. So. Wir sind zu früh? Bus alles abrüsten. So. Koffer könntest du noch wieder haben. Und dann logge ich mich mal aus. Die Wertung ist an sich ganz gut, ne? Das ist ja halt mal alles schon schlimmer. Na gut, das ist jetzt nicht so prall. Und das, naja, ja, gut. Keine Ahnung. Gut, das war's für diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.